Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Heute geht es um die Lösungsmengen lineare Gleichungssysteme. Lineare Gleichungssysteme hatten wir ja schon im letzten Video. Und wie war das dann immer, wenn wir die gelöst haben? Naja, wir haben die auf eine Stufenform gebracht. So eine Stufenform haben wir auch hier wieder. Das ist quasi schon ein gelöstes lineares Gleichungssystem. Aber es ist eins, wo ein bisschen was komisches passiert ist. Wir wollen uns mal anschauen, was da passiert ist. Nämlich ganz am Ende, nachdem wir versucht haben, die Variablen rauszunehmen, hier fehlt x1, hier fehlt x1 und x2, also alles wie gewollt, steht hier 0x3 ist gleich 4. Ja, das kann passieren. Und das Problem ist jetzt, wenn ich für x3 irgendwas einsetze, wagen wir es mal, setze ich mal 2 ein, dann steht da 0 mal 2, immer noch 0, ist 0 gleich 4, das geht nicht. Also egal, was ich für x3 einsetze, dass ich mit 0 multipliziere, ich komme niemals auf 4. Das heißt, ich werde kein x3 finden, dass diese Gleichung hier zu lösen ist. Das heißt, hier kann man direkt hinschreiben, das LGS hat keine Lösung. Das reicht, wenn ihr das einfach so drunter schreibt. Das könnt ihr euch so merken, wann immer ihr den Fall bekommt, dass in irgendeiner Zeile zwei Zahlen stehen, das x3 könnte ich auch weglassen, weil 0 mal x3 ist einfach 0, die sich nicht entsprechen von der Gleichung her, ist es in dem Moment beendet und das LGS hat keine Lösung. Hier drüben ist nochmal ein ähnlicher Fall. Wir haben es wieder schon auf Stufenform gebracht, aber jetzt sieht die letzte Zeile ein bisschen anders aus. Was ist hier denn passiert? Hier steht jetzt 0 mal x3 ist gleich 0. Also auf der rechten Seite steht auch 0. Und jetzt, wenn ich mein Beispiel wieder nehme, x3 gleich 2, dann geht das, weil 0 mal 2 ist 0. Also wäre x3 2, oder? Ja, dann kann ich mein x3 gleich 2 hier einsetzen. Dann bekomme ich ein x2, setze beide hier oben ein, ich kriege ein x1, x1, x2 und x3. Perfekt. Aber ich könnte doch hier unten anstatt x3 gleich 2 auch x3 gleich 4 einsetzen. Würde ja auch gehen. Stimmt, 0 mal 4, das ist ja auch 0, das passt. Und dann könnte ich ja wieder genauso wie vorhin x2 und x1 kriegen. Ich sehe also, ich kann eigentlich alles für x3 einsetzen. Richtig. Und wir haben weder die Zeit noch den Platz im Heft, um es für alle Lösungen zu machen. Deswegen machen wir es hier für eine allgemeine Lösung. Und zwar setzen wir x3 gleich t. Und dieses x3 gleich t setzen wir jetzt in die zweite Gleichung ein. Wir kriegen also x2 plus t gleich 7. Und das kann man jetzt, nach x2 auflösen, recht einfach, Äquivalenzumformung, das Ganze minus t. Dann haben wir dran schon, x2 ist gleich 7 minus t. Das heißt ganz allgemein, egal was für einen Wert ich für 3 nehme, x2 ist 7 minus der Wert. Und auf die Weise kann ich jetzt auch x1 berechnen, denn ihr könnt ja dieses x2, 7 minus t, hier oben einsetzen. Und dieses x3, nämlich t, hier einsetzen. Und dann wieder nach x1 auflösen. Und das probiert ihr mal selber. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben x2 und x3 hier und hier eingesetzt. Das Ganze, wie gesagt, in der ersten Gleichung vereinfacht bis hier unten. Dann kamen zwei Äquivalenzumformungen. Wir haben die 21 mit dem Plus auf die andere Seite gebracht, die 8t mit dem Minus auch auf die andere Seite. Noch durch 2 geteilt. Und jetzt wissen wir, x1 ist 10 minus 4t. Ich habe also x1, x2 und x3 in Abhängigkeit von t. So, jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen beim Aufschreiben von meiner Lösung. Warum? Im letzten Video haben wir da einfach die Lösung hingeschrieben, weil da gab es ja genau eine Lösung mit x1, x2, x3. Dieses Mal gibt es mehrere Lösungen. Man spricht dann von einer Lösungsmenge. Und so schreibt man sie auch auf. Schreibt dann auf ein L ist gleich und dann das Mengenzeichen und dann eine runde Klammer. Und da kommt jetzt x1 hin, nämlich unser 10 minus 4t mit einem Strichpunkt. Dann kommt unser x2. Das wäre 7 minus t. Und dann schließlich unser x3 wieder nach dem Strichpunkt, was nur ein t ist. Klammer zu. Und jetzt ist es noch wichtig, dass wir noch definieren, dass das Ganze für alle t's aus den reellen Zahlen gilt. Das heißt, ich kann dafür 1 einsetzen, 2 einsetzen, theoretisch auch Wurzel 4 einsetzen. Was immer ich für t einsetze, ich werde eine eigene Lösung erhalten, die eingesetzt in unser ursprüngliches LGS dieses LGS löst. Und was ich jetzt gerade noch drunter schreibe, ist, dass es hier unendlich viele Lösungen gibt. Das braucht ihr bei den Aufgaben nicht immer direkt drunter schreiben. Aber jetzt mal noch zum Verständnis. Es gibt das eine Beispiel, wie hier, wo es unendlich viele Lösungen gibt. Das von vorhin, wo es keine Lösung gab. Und das vom letzten Video, wo es genau eine Lösung gab. Und das schreiben wir jetzt allgemein auf. Ja, unser Merkasten soll dich dieses Mal nicht überfordern, denn er ist relativ knapp gehalten. Ja, er besagt nur, ein lineares Gleichungssystem hat entweder genau eine Lösung, keine Lösung oder unendlich viele Lösungen. Sag mal, welcher Fall ist dir denn am liebsten? Eigentlich der Fall mit keine Lösung, denn da muss man am Ende nichts mehr groß machen. Ha, du Vollpelz. Tja, schauen wir mal, was das Aufgabe gleich drankommt. So, wer hätte es gedacht, unsere Aufgabe heißt, löse das lineare Gleichungssystem. Ja, wir haben drei Gleichungen. Wie das generell geht, wisst ihr, nämlich das Ganze auf Stufenform bringen. Wie es dann weitergeht mit diesen neuen Tricks, das schauen wir uns gleich zusammen an. Ihr bringt es erstmal auf Stufenform und wir schauen es uns an. In 3, 2, 1. So, wir haben das lineare Gleichungssystem auf Stufenform gebracht, hier unten. Wir schauen uns kurz an, wie es dazu kam. Wir haben zum einen die erste Zeile mal minus 2 gemacht, damit sich das wahr, damit das x1 hier minus 2x1 ist, plus das 2x1 von hier, dann musst du das entsprechend wegfallen. Das Ganze haben wir hier nochmal notiert, also die erste Gleichung mit mal minus 2 multipliziert. Wenn man das hier einzeln mit diesen Einträgen hier addiert, kommt man auf minus 5x2 plus 10x3 gleich minus 10. Genau, und dann habe ich die erste Zeile mal minus 4 genommen. Das habe ich übrigens rechts in grün hingeschrieben. Und wenn man diese erste Zeile, also das in grün, auf die dritte drauf addiert, komplett, fällt das da vorne eben weg, das x1. Und dann bleibt noch 3a übrig, also minus 5x2 plus 10x3 gleich minus 10. So, an der Stelle hier haben wir jetzt die zweite und dritte Gleichung, wo jeweils x1 fehlt. Wir wollen jetzt in der dritten Gleichung auch noch x2 wegbekommen. Da hier beiden den gleichen Vorfaktor haben, aber auch das gleiche Vorzeichen, haben wir eine Zeile mal minus 1 gemacht, nämlich die zweite. Und dann das Ganze addiert. Da haben wir jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Naja, warum durch das Minus hier wird aus dem minus 5 ein Plus, dann fällt das weg. Aus dem plus 10 ein minus 10, dann fällt das weg. Aus dem minus 10 ein plus 10, dann fällt das auch weg. Dann steht hier unten 0 gleich 0. Wie hätte es uns denn hier eigentlich schon auffallen können, dass das passieren muss? Naja, die zweite und die dritte Zeile sind ja genau gleich. Und natürlich, wenn man die eine da mal minus 1 nimmt und dann drauf addiert, dann fällt die ja komplett weg. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr diesen letzten Schritt, den wir jetzt da gemacht haben, euch auch sparen und könnt direkt sehen, ah ja, okay, das ist ein Gleichungssystem, was wieder unendlich viele Lösungen hat. Gut, das heißt, wir legen jetzt gleich wieder fest, x3 ist t. Denn wir wissen ja jetzt, wir müssen mit irgendeinem Wert anfangen. Und ihr seid jetzt gefragt, nämlich das x3 gleich t, wir jetzt wieder einzusetzen in die zweite Gleichung, um x2 zu bestimmen. Und das, was man dann raus hat, zusammen mit x3 in die erste Gleichung, um x1 zu bestimmen. Das kriegt ihr hin, genauso wie zu Beginn des Videos. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1. Also, wir haben x3 gleich t eingesetzt in die zweite Gleichung. Dort haben wir dann minus 5x2 plus 10t gleich minus 10, haben die 10t rübergeholt, haben durch minus 5 geteilt und erhalten für x2 gleich 2 plus 2t. Genau, und das Ganze, also x2 und x3, haben wir dann die erste Gleichung oben eingesetzt und erhalten dann x1 plus 2 mal Klammer auf 2 plus 2t Klammer zu minus 3t gleich 6. Das haben wir dann aufgelöst, ein bisschen vereinfacht das Ganze, dann Äquivalenzumformung gemacht und kamen dann auf x1 ist 2 minus t und haben es dann wieder in dieser Schreibweise als Lösungsmenge mit geschweifter Klammer und runder Klammer aufgeschrieben. Genau, erstmal x1, dann x2 und dann x3. Denkt bitte wirklich an die geschweifte Klammer außenrum und dann die runde Klammer hier und hinten noch die Angabe sollte mit dazu, dass t-Elemente reellen Zahlen ist, weil es unendlich viele Lösungen gibt, je nachdem, was wir für t einsetzen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das üben wir anschließend noch im Unterricht. Und bis dann. Ciao, macht's gut. Tschüss. Hey, wir sind es nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war es jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss. Tschüss.